Ja, wir kommen in die zweite Runde, nachdem wir uns gestärkt haben. Und sie beginnt mit einem Referenten, den ich eigentlich in dieser Runde und in diesem Kreis eigentlich gar nicht vorstellen müsste. Ich will es trotzdem tun, weil ich finde, ein paar Dinge sollte man zu ihm doch noch sagen. Es ist der erste Referent in der zweiten Runde, der Diplom-Volkswirt und das Mitglied des Europaparlaments, Michael Theurer. Seit 2013 auch Vorsitzender der FDP in Baden-Württemberg. Zwei, drei Dinge erscheinen mir an seiner Karriere doch bemerkenswert. Michael Theurer war 14 Jahre Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Horb am Neckar. Als er 1995 gewählt wurde, war er nicht nur der jüngste OB in Deutschland, sondern hat, da bin ich sicher, in den vielen Jahren seiner Amtszeit auch erfahren müssen, dass ein OB in einer Stadt mit knapp 25.000 Einwohnern noch für alles persönlich verantwortlich gemacht wird, obwohl die meisten OBs da auch am wenigsten für können. Diese, ich möchte sie einmal so nennen, Basiserfahrung hat er dann 2009 mit ins Europäische Parlament genommen, in das er 2014 erneut gewählt wurde. Gemessen an den derzeitigen Wahlergebnissen der FDP mit einem Traumergebnis von damals 13 Prozent. Wenn man heute einen Bürger aus Horb fragen würde, auf welche Art und Weise, finanziell oder kulturell, profitiert eigentlich die große Kreisstadt von Europa? Wüssten die Bürger das? Wüssten sie, was ihre Stadt, ihre Gemeinde richtig vor Ort an Europa profitiert, auch finanziell, kulturell? Oder würden die Bürger nur sagen, ja, wir haben doch den Teurer in Brüssel, der macht da sicher was? Aber was? Wie viel Basiserfahrung steckt eigentlich noch in seiner Idee Bürgerrepublik Europa? Oder etwas europäisch komplizierter ausgedrückt, Supranationalität, Souveränität und Subsidiarität zur Bürgernähe, Transparenz und demokratischer Legitimation in der EU? Herr Teurer, wir sind gespannt. Danke. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, sehr geehrter Herr Möller. Sehr verehrte Frau Dr. Schwetzer, lieber Jürgen Mollock, du bist ja nicht nur Vorsitzender des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung, sondern auch der Ehrenvorsitzende der FDP. Und es ist immer eine große Ehre, hier beim Verfassungstag der Friedrich-Naumann-Stiftung in Karlsruhe zu sein. Also einen herzlichen Gruß von meiner Seite an Sie alle. Eines Tages werden nach dem Muster der Vereinigten Staaten die Vereinigten Staaten von Europa gegründet werden. Dies sagte der erste amerikanische Präsident George Washington. Allerdings musste die Bürgerschaft in Europa schon eine ganze Zeit darauf warten, bis wir diesem Ziel ein gutes Stück näher gekommen sind. Leider in den Jahrhunderten dazwischen Phasen der Kriege, der Zerstörung, der Menschenrechtsverletzungen. Gerade in diesem Jahr 2014 blicken wir ja zurück auf 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es sind ja viele interessante Bücher hier zu erschienen. Und mir ist bei der Lektüre von Christopher Clarks Bestseller Die Schlafwandler eines aufgefallen, der beschreibt er in den Eingangskapiteln sehr eindrücklich den serbischen Ultranationalismus, der nach dem Motto verfahren ist, Serbien ist da, wo Serben leben oder begraben sind. Und diese 100 Jahre alte, ultranationalistische Forderung erscheint uns ja heute aktueller und erschreckender denn je, wenn wir uns die aktuellen Zuspitzungen der Krise etwa im Osten der Ukraine anschauen. Das vergangene Jahrhundert hat gezeigt, Nationalismus führt in Krieg und Krise. Und deshalb ist es das große Verdienst der Mütter und Väter der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie die Nationalismen und Ultranationalismen, die zu Millionen Toten in schrecklichen Bruderkriegen geführt haben, überwunden haben. Oder wie es Hans-Dietrich Genscher einmal ausgedrückt hat, die Lehre, die wir aus den zwei Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts gezogen haben, ist es, dass das Glück des Nachbarn unser eigenes Glück ist. Aber nehmen wir das heute noch so wahr? Nehmen wir Europa als Glücksfall wahr? Oder ist die aktuelle politische Diskussion in Deutschland, in den anderen Mitgliedstaaten nicht vor allen Dingen geprägt von einem Krisenmodus, in dem sich Europa befindet, von einem Lamento über eine zentralistische, weit entfernte, wenig Bürgernähe, nahe zutiefst intransparente Entscheidungsfindung auf europäischer Ebene? Das sind die Themen, die Sie mir heute gestellt haben. Supranationalität, Subsidiarität und auch die Frage der Souveränität. Beginnen wir mit der Souveränität. Souverän ist ein Staat dann, völkerrechtlich, wenn er unabhängig ist von anderen Staaten und nach innen, wenn er als Staat sich selbst so organisieren kann, wie das die Bürgerinnen und Bürger wollen. Der Vorwurf, Deutschland verliere in der europäischen Integration, seine Souveränität, ist zumindest historisch falsch. Denn als die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, war Deutschland geteilt. Die drei westlichen Besatzungszonen bildeten dann die Bundesrepublik Deutschland. Sie standen unter dem Besatzungsstatut. Und die Wiedererlangung der völkerrechtlichen Souveränität gelang erst durch die europäische Integration. Also historisch ist es, glaube ich, aus deutscher Perspektive wichtig zu erinnern, dass die Wiedererlangung der völkerrechtlichen Souveränität durch die Integration Deutschlands in Europa möglich wurde. Verfassungstag der Friedrich-Naumann-Stiftung in Karlsruhe, der Stadt des Rechts, hier darf an das Grundgesetz erinnert werden. Und die Väter und Mütter des Grundgesetzes schrieben in der Präambel, ich zitiere, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Es ist mir wichtig, an diesen Satz zu erinnern und dann auch die Frage zu stellen, Ja, welches vereinte Europa haben denn die Gründerväter und Mütter unserer Bundesrepublik Deutschland im Kopf gehabt? Hier lohnt es sich, den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu zitieren, der 1951 in einer Rede in London folgendes ausführte, Zitat, Es ist nicht allein die Furcht vor dem Bolschewismus, sondern die Erkenntnis, dass die Probleme, für die uns die Gegenwart gestellt hat, die Erhaltung des Friedens und die Verteidigung der Freiheit nur in der größeren Gemeinschaft zu lösen sind. Diese Überzeugung wird von den breiten Massen in Deutschland geteilt. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag am 26. Juli 1950 sich einmütig für die Schaffung eines europäischen Bundesstaates aussprach. Soweit Bundeskanzler Konrad Adenauer, Zitat, Ende. Meine Damen und Herren, Souveränität, Subsidiarität, Bürgernähe, Transparenz, die Begriffe, um die ich heute meinen Vortrag aufbauen möchte, sind gerade in den vergangenen Tagen und Wochen unter dem Eindruck der Euro-Krise ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland gekommen. Und in Baden-Württemberg weiß man, dass nicht nur im schwäbischen Landesteil der Spaß aufhört, wenn es ums Geld geht. Und die Krise des Euro, die Tragik des Euro ist seine halbfertige Integration. Im Grunde genommen sind wir in eine Gemeinschaftswährung eingestiegen, ohne dass Institutionen geschaffen worden sind, die ausreichen, um die Stabilität dieser Währung auch sicherzustellen. Schon der damalige Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl formulierte, wer eine Währungsunion schafft, muss auch eine politische Union schaffen. Mit dem Maastricht-Vertrag wurde zwar die Europäische Union geschaffen und auch der Euro, aber eine politische Union, die den Namen auch wirklich erfüllt, die das erfüllt, was der Name vorgibt, haben wir noch nicht erreicht. Und deshalb ist man ja jetzt im Nachgang der Stabilisierung des Euro vor allen Dingen daran gegangen, wirtschaftliche und fiskalpolitische Koordinierung wirksam zu machen, weil man gemerkt hat, dass das Verhalten einzelner Mitgliedstaaten die Gemeinschaftswährung infrage stellt. Man kann jetzt die Frage stellen, ob man überhaupt diesen Schritt hätte gehen dürfen und den Euro einführen und damit etwas vergemeinschaften, was im Grunde genommen ja immer Gegenstand der nationalen Politik war. Manche waren ja der Auffassung, dass das die Grenzen des Grundgesetzes überschreitet. Es gab eine Klage gegen den Euro hier in Karlsruhe. Die Karlsruher Richter des Verfassungsgerichts haben diese Klage abgewiesen. Sie waren der Meinung, dass das Grundgesetz die Übertragung der Währungspolitik auf die Europäische Union durchaus noch abdeckt. Meine Damen und Herren, wir sind hier mittendrin in schwierigen verfassungsrechtlichen Fragen, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen kann. Wir erinnern uns, dass in diesem Jahr ja auch eine Klage gegen die jetzt anstehenden Anläuhekäufe der Europäischen Zentralbank eingebracht wurde. Das Verfassungsgericht hat hier noch nicht entschieden, ob es eine Ultravirus-Klage hier dann entsprechend erheben will. Also deutlich machen würde, dass die Europäische Union über ihre Kompetenzen hinausgeht. Sie hat zunächst mal Fragen an den Europäischen Gerichtshof versendet, um da noch mal zu klären, was eigentlich wirklich die primärrechtliche Auslegung der Maßnahmen der Europäischen Zentralbank sind und ob sie noch durch das Statut der EZB abgedeckt sind oder nicht. Ich habe diese Vorlage an den Europäischen Gerichtshof als sehr klug und weise empfunden. Es geziemt sich Politikern ja nicht, Verfassungsgerichte zu kritisieren oder zu kommentieren. Aber ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, dass eine Entscheidung in einem nationalen Verfassungsgericht über Handlungen von EU-Institutionen sachlogisch hochproblematisch sind. Denn wir als Bundesdeutsche sind zwar sicherlich sehr vertraut mit den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, aber wir wären möglicherweise nicht einverstanden, wenn über das Handeln der Europäischen Zentralbank oder anderer gemeinschaftlicher Institutionen, etwa der Conseil Konstitutionel in Frankreich oder dann das Tribunal Konstitutionel in Spanien entscheiden würde oder die anderen Verfassungsgerichte. Wenn man etwas vergemeinschaftet in einer Gemeinschaft der 28 oder jetzt bei den Euro-Staaten der 19, dann stellt sich schon die Frage, wer kann eigentlich das Gemeinschaftsinteresse auch rechtlich beurteilen? Das sind sicherlich nicht einzelne nationale Entscheidungsträger oder auch die nationale Judikative. Und deshalb wird es spannend sein, wie das Bundesverfassungsgericht sich dann hier letzten Endes positioniert und entscheidet. Jedenfalls richten sich dann die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes vor allen Dingen gegen die Institutionen und Organe der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dann würden der Bundestag oder die Bundesregierung oder auch der Bundesrat entsprechend aufgerufen und gewisse Maßnahmen vornehmen müssen. Ich will einige aktuelle Diskussionen streifen. Die Frage der Subsidiarität. Subsidiarität ist ein schillernder Begriff. In der Europafraktion vor fünf Jahren, als ich neu ins Europäische Parlament gewählt wurde, habe ich beantragt, dass in den Brief an den damaligen Kommissionspräsidenten Barroso, was wir von ihm für diese Legislaturperiode erwarten, ausdrücklich die Einhaltung und Stärkung des Begriffs der Subsidiarität aufgenommen wird. Sofort sprang eine Kollegin aus den Niederlanden auf, Sophie Infeldt, und hat mir schwere Vorwürfe gemacht. Sie fände es bedauerlich, dass jetzt von der FDP praktisch nationalistische und rechtspopulistische Töne in die europapolitische Diskussion kämen. Denn in den Niederlanden würde der Begriff der Subsidiarität vor allen Dingen als Abwehrargument gegen europapolitische Entscheidungen von den Rechtspopulisten und Antieuropäern benutzt. In der Bundesrepublik ist dieser Begriff außerordentlich positiv besetzt, weil wir in einem doch sehr föderalen Staatsaufbau ja den Staat vom einzelnen Menschen ausdenken. Gerade wir Liberale haben ja stark immer dafür gekämpft, dass die Kommunen auch ihr Selbstverwaltungsrecht haben das im Grundgesetz abgesichert, dass die Länder, auf deren Rücken, auf deren Schultern ja der Bund erst entstanden ist, ihre Kompetenzen behalten. Das heißt also, unser Blick auf den Staatsaufbau ist von unten nach oben. Und Subsidiarität bedeutet für uns, dass Entscheidungen auf der bürgernächsten Ebene gefällt werden. Dieses liberale Prinzip halten wir aufrecht. Aber ich fand es dann doch entscheidend, dass solche Begriffe, auch wenn sie einen lateinischen Stamm haben und deshalb in ganz Europa im Grunde genommen verstanden werden, trotzdem in einer interkulturellen Situation mit unterschiedlichen Hintergründen der nationalen Politiken Interpretationen auslösen und geklärt werden müssen. In unserem Sinne muss der Subsidiaritätsgrundsatz gestärkt werden. Er ist ja im Lissabon-Vertrag enthalten und auch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Es gibt institutionelle Sicherungsrechte für die Regionen, also bei uns die Bundesländer, und für die Mitgliedstaaten. Der Ausschuss der Regionen kann eine Subsidiaritätsrüge erheben und auch eine Subsidiaritätsklage. Und auch die nationalen Parlamente sind in der Lage, auch entsprechende Subsidiaritätsrügen und Klagen einzubringen. In der Praxis funktioniert das allerdings nicht, weil meistens die entsprechende Zahl derjenigen nationalen Parlamente, die dazu erforderlich wären, nicht zusammenkommt. Die Einspruchsfrist ist auch verhältnismäßig kurz. Deshalb setzt sich ja die FDP in ihren Wahlprogrammen dafür ein, dass die Rechte der Mitgliedstaaten und der Regionen gestärkt werden, um die Subsidiarität auch in der Praxis durchzusetzen. In dem Zusammenhang aber erlebe ich als Parlamentarier im Europäischen Parlament auch, dass der nationale Gesetzgeber häufig, sehr lange, sich nicht für die europäische Gesetzgebung und für die politische Willensbildung auf europäischer Ebene interessiert. Und damit reflektieren im Grunde genommen die Abgeordneten und Kollegen in den Landtagen und im Deutschen Bundestag eine Diskussion oder eine Wahrnehmung, die viele Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik teilen. Denn der Eindruck vieler Menschen ist ja, dass die Gesetze in Europa wie von einem außerirdischen Monster auf uns okkruiert werden. Dabei fallen die Gesetze in Europa ja nicht wie Manna vom Himmel, sondern sie werden von Menschen gemacht. Von Menschen gemacht in Institutionen, die von den Mitgliedstaaten geschaffen wurden. Und manche Kritik, die aus den Mitgliedstaaten mit nationalem oder sogar nationalistischem Unterton vorgetragen wird, erscheint mir deshalb auch mehr als zweifelhaft. Denn wenn man es mal überträgt, dann sind die Institutionen der Europäischen Union, also die Kommission, die den Charakter einer Exekutive hat, einer Regierung, das direkt gewählte Europäische Parlament und der Rat, die zweite Kammer, in der die Länder vertreten, sind jedes Land eine Stimme. Diese Institutionen der EU sind die Kinder. Die Eltern sind die Mitgliedstaaten. Und die EU darf nur, was die Mitgliedstaaten auf die EU übertragen haben. Und sie darf nicht, was die Mitgliedstaaten nicht auf die EU übertragen haben. Deshalb ist jede Diskussion über Dinge, die die EU nicht regelt, weil sie dafür nicht zuständig ist, keine Kritik an der EU, sondern eine Kritik an den Mitgliedstaaten, die diese Kompetenzen nicht auf die Europäische Union übertragen. Oder verfassungsrechtlich ist es so, dass die Europäische Union eben nicht, Klammer auf, wie ein Bundesstaat oder ein souveränes staatliches Gebilde, die Kompetenz, Kompetenz hat. Das heißt, die europäische Ebene kann nicht sagen, sie möchte ein Problem lösen und das dann an sich ziehen, sondern es ist das Prinzip der Einzelermächtigung. Das heißt also, die nationalen Mitgliedstaaten übertragen genau gewisse Politikbereiche auf die Europäische Union. Und Klammer auf, wir finden als Liberale das auch richtig. Trotzdem, und das ist die Kritik an der Europäischen Union, gibt es natürlich Tendenzen, dass gewisse Dinge doch auf die Europäische Union gezogen werden. Und diese Klage führen die Kolleginnen und Kollegen in den Landtagen und im Bundestag, in den nationalen Parlamenten zum Teil auch zu Recht. Und da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt es, dass die Europäische Union sich in alle möglichen Dinge jetzt gesetzgeberisch einmischt. Die typischen Beispiele, die bei Veranstaltungen gerne dann auch genannt werden, sind das Glühbirnenverbot oder die Diskussion über die Regulierung der Ölkännchen beim Olivenöl oder auch andere Beispiele, die uns da sehr schnell einfallen, wo wir zu Recht sagen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, solche Dinge regeln zu wollen. Ja, meine Damen und Herren, jeden Tag steht natürlich auch in Brüssel oder in den Mitgliedstaaten jemand auf, der eine gute Idee hat, was man noch tun könnte. Und so kam zum Beispiel das Verbot der Ölkännchen oder die Regulierung der Olivenölkännchen aus den Mitgliedstaaten. Das kam nicht von der Kommission und der Vorschlag kam auch nicht aus dem Parlament, sondern ein Mitgliedstaat kam auf die Idee, dass das im Sinne des Verbraucherschutzes wäre, dass der Gastwirt nicht heimlich schlechtes Olivenöl in eine andere Flasche umfüllen könnte, sondern dass das gute Olivenöl dann auch mit der Originalflasche auf dem Tisch stehen sollte. Klammer auf, Beispiele der Überregulierung gibt es aber auch auf anderen staatlichen Ebenen. Und wenn jemand in der innerdeutschen Diskussion beispielsweise auf Entscheidungen in Berlin kritisch verweist, dann würde man sagen, okay, die jetzige Regierung und ihre Regierungsmehrheit hat in Berlin etwas Schlechtes beschlossen. Aber deshalb käme nie jemand auf die Idee zu sagen, und deshalb müssen wir die Bundesrepublik Deutschland abschaffen und die Kompetenzen wieder auf die Bundesländer vertragen, sondern dann würde man sagen, okay, deshalb muss die entsprechende Regierung abgewählt und verändert werden. Aber auf europäischer Ebene führen Einzelentscheidungen, die uns nicht gefallen, sofort immer zu einer Systemdiskussion. Und diese Systemdiskussion, meine Damen und Herren, halte ich für äußerst gefährlich. Diese Systemdiskussion müssen wir nach meiner festen Überzeugung auch dringend beenden, weil wir ohne ein gewisses Grundvertrauen in die Institutionen nicht handlungsfähig sind. Und deshalb empfehle ich, dass wir nicht grundsätzlich die Europäische Union infrage stellen, sondern dass wir dafür sorgen und dafür kämpfen, dass auch auf europäischer Ebene die richtige Politik gemacht wird. Natürlich kann man in einem föderalen Staatsaufbau immer der Auffassung sein, dass das eine oder andere nicht in Brüssel auf europäischer Ebene, sondern eher im nationalen Mitgliedstaat oder, was uns als Liberale lieber wäre, dann auch in den Bundesländern oder noch besser in den Landkreisen und den Städten und Gemeinden geregelt wird oder am allerbesten gar nicht staatlich geregelt wird, sondern von den Menschen selbst. Das ist ja unser Grundansatz. Deshalb stehen wir ja als Liberale auch wirklich konträr zu denjenigen, die Europa zu einem zentralistischen Gebilde ausbauen wollen. Und die gibt es natürlich. Natürlich, klar. Es gibt auf europäischer Ebene etwa solche Aussagen, wie die vom früheren Kollegen Confin aus Frankreich, der im Zusammenhang mit der Einführung der Wirtschaftsregierung, Le Gouvernement Économique, sagte, ja, Europa sei für diese Gouvernement Économique, denn dann könnte sich Europa von der Globalisierung abschotten und die Staaten hätten dann wieder Steuererhöhungspotenziale. Wir wundern uns nicht, dass dieser Abgeordnete Confin ins Kabinett von Präsident Hollande und der Ministerpräsident Erober rufen wurde. Genau diese Politik haben ja unsere französischen Nachbarn versucht, Steuern zu erhöhen gegen die Globalisierung. Und sie haben damit leider, was schrecklich für uns auch ist, Schiffbruch erlitten. Man kann gegen Märkte auf Dauer nicht Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Aber klar ist, dieses Denken lehnen wir Liberale ab. Wir lehnen aber genauso ab den Rückfall in nationale Egoismen. Und damit, meine Damen und Herren, komme ich zum dritten und letzten Block, den ich streifen möchte. Ich glaube, es gibt gute Gründe für die Europäische Union. Professor Bergmann hat einige angesprochen, Frau Dr. Schwetzer, Sie auch. Ich habe es mit einem Ohr noch mitbekommen. Leider hat der Bahnanschluss in Mannheim nicht geklappt. Ich bin direkt aus Brüssel heute Morgen gekommen, weil wir in dieser Woche die Kommissare angehört haben. Wenn Sie die Europäische Union mit den 28 Mitgliedstaaten anschauen und mal die kleinen Streitereien, Fingerhakeleien und Interessensunterschiede beiseite schieben, wenn Sie einen Augenblick aus der Europäischen Union auf die globale Weltsituation gehen und die Europäische Union sich anschauen, dann erscheint sie als ein Hort relativer Stabilität. Und gleichzeitig ist die Europäische Union umgeben von Konflikten. Wie ein Halbkreis reiht sich ein Konflikt am anderen. Von der Ukraine über Afghanistan, von Irak über Syrien mit Dschihadisten an der israelischen Grenze auf dem Golan, der Gaza-Krieg, Ägypten, Libyen, wo die Regierung keinen Einfluss mehr hat und auf einem Kreuzfahrtschiff residiert, bis hin nach Mali, wo uns die Infiltration durch islamistische Fundamentalisten nicht gleichgültig sein kann. Wie eine Sichel um Europa, ein Konflikt am anderen. Und man fragt sich, warum ergreifen die Regierungen Europas in dieser Situation nicht endlich eine Initiative, um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik Europas voranzubringen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, meine Damen und Herren, dass wir über eine europäische Armee sprechen würden. Schon 2007 haben wir Analysen ergeben, dass die damals 27 Mitgliedstaaten etwa 50 Prozent der Verteidigungsausgaben der USA tätigen. 50 Prozent, das waren 200 Millionen Euro, die die 27 Mitgliedstaaten in ihre Armeen gesteckt haben. Das sind über 1,4 Millionen Soldaten. Das ist fast die größte Armee der Welt, die die EU-Staaten aufrechterhalten. Aber ich glaube, wir alle wissen, die Zersplitterung dieser militärischen Kapazitäten führt dazu, dass wir, obwohl wir 50 Prozent der Militärausgaben der USA tätigen, vielleicht 20 Prozent der Leistungsfähigkeit oder militärischen Effektivität der USA an den Tag legen und damit unsere eigenen außen- und sicherheitspolitischen Ziele gar nicht erreichen können. Deshalb sind wir der Meinung als FDP, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über eine gemeinsame europäische Armee nachzudenken. Aber wir wissen natürlich auch, dass militärische Lösungen alleine nicht zielführend sind, sondern wir brauchen eine Analyse der Sicherheitssituation. Und da, meine Damen und Herren, stehen wir vor großen Herausforderungen, wo wir als Liberale der festen Überzeugung sind, dass die besser europäisch gelöst werden können als national. Nehmen Sie die Energiepolitik. Nehmen Sie die Abhängigkeit der Europäischen Union von Energieimporten. Bei Öl in wenigen Jahren 90 Prozent. Und in einer Lage, in der die Vereinigten Staaten vom Energieimporteur zu Energieexporteuren werden, in einer Situation, wo Kollegen im US-amerikanischen Kongress laut, also öffentlich, darüber nachdenken, dass die Vereinigten Staaten, weil Krieg müde, weil ihnen der Blutzoll zu hoch ist, weil es auch ihre finanziellen Fähigkeiten übersteigt, laut darüber nachdenken, sich aus dem Mittleren und Nahen Osten zurückzuziehen. Spätestens dann müssten Europäer aufstehen. Denn wenn die Amerikaner aus diesen Weltgegenden sich zurückziehen, die Konflikte bleiben. Und sie sind in der direkten Nachbarschaft vor der Haustüre Europas. Meine Damen und Herren, gute Argumente, enger zusammenzuarbeiten in einer Europäischen Union, die dafür aber in der jetzigen Situation nicht die entsprechenden Institutionen hat. Europa braucht, um dies leisten zu können, eine Veränderung, eine Anpassung der Institutionen, also eine Verfassungsreform, überhaupt mal erst eine Verfassung. Wir Liberale waren immer dafür, dass Europa eine Verfassung erhält, die dann von den Bürgerinnen und Bürgern auch in einer Volksabstimmung entsprechend legitimiert wird. Denn zu Recht wird darauf hingewiesen, dass die Wahlbeteiligung zum direkt gewählten Europäischen Parlament nicht sehr hoch ist. Sie lag jetzt bei 48,1 Prozent im Jahr 2014. Der Tiefpunkt war 2004 mit lediglich 43 Prozent. Das ist ein massiver Rückgang gegenüber 1979. Da lag sie noch bei 65,7 Prozent. Und tatsächlich empfinde ich das als unbefriedigenden Zustand. Denn 1979 war das direkt gewählte Europäische Parlament praktisch nur eine parlamentarische Versammlung, das bei den europäischen Entscheidungen lediglich gehört wurde. Mittlerweile, mit dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags, am 1. Dezember 2009 ist das Europäische Parlament in 98 Prozent aller Gesetzgebungsverfahren gleichberechtigter Mitgesetzgeber mit dem Europäischen Rat. Das heißt, es gibt kein europäisches Gesetz, also keine Verordnung, unmittelbar geltendes Recht, und keine Richtlinie, Rahmengesetzgebung, die ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments in Kraft treten kann. Und damit wurde ja eine massive Redemokratisierung der europäischen Entscheidungen erreicht. Denn es verlässt keine Richtlinie und keine Verordnung des Europäischen Parlaments so, wie sie hineingegangen ist. Und jeder Abgeordnete hat das Recht, auch Änderungsanträge im Gesetzgebungsverfahren zum konkreten Gesetzestext zu stellen. Und ich empfinde das als einen großen Fortschritt. Und damit wurde auch eine wichtige Forderung der Liberalen umgesetzt. Jetzt sagen manche, das Europäische Parlament sei kein richtiges Parlament, denn es sei nicht demokratisch legitimiert. Richtig ist, dass 96 Abgeordnete aus der Bundesrepublik Deutschland nicht die proportionale Vertretung sind. Es ist so, dass ein Deutscher 830.000 Einwohner vertritt, während ein luxemburgischer Abgeordneter 91.000 Abgeordnete vertritt und ein schwedischer Abgeordneter etwa 480.000 Einwohner vertritt. Das ist historisch gewachsen. Wenn man eine proportionale Vertretung im Europäischen Parlament einführen würde, müsste das Europäische Parlament entweder von 751 Abgeordnete auf etwa 3.000 Abgeordnete vergrößert werden, wie der chinesische Kongress der Volksdeputierten, das allerdings kein frei gewähltes Parlament ist. Das will auch niemand. Oder man müsste es so verkleinern, meine Damen und Herren, dass kleine Mitgliedstaaten im Grunde genommen nicht mehr nur noch mit einem halben Abgeordneten vertreten werden. Wir wissen nicht, ob wir ihn so oder so teilen sollen. Auf jeden Fall wäre die Minimalvertretung, die eine Binnenpluralität in den Mitgliedsländern sicherstellt, nicht gewährleistet. Und wenn zum Beispiel in der Diskussion über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über das Wahlrecht zum Europäischen Parlament argumentiert wurde, dass es in anderen europäischen Ländern ja auch keine 5-Prozent-Hürde gegeben hätte, wird dabei verkannt, dass beispielsweise Luxemburg lediglich sechs Abgeordnete stellt, was rein technisch eine 16,6-Periode-Prozent-Hürde darstellt. Das heißt, um einen Abgeordnenssitz in Luxemburg zu erzielen, braucht eine Partei 16,6 Prozent der abgegebenen Stimmen. Oder in Schweden, Schweden stellt 20 Abgeordnete im Europäischen Parlament, was rechnerisch 100 durch 20 genau 5 Prozent darstellt. Das heißt, es gibt zwar in Schweden keine rechtliche 5-Prozent-Hürde, aber es gibt eine faktische, eine technische 5-Prozent-Hürde. Ja, meine Damen und Herren, die Institutionen müssen verändert werden. Wir als FDP sind klar positioniert. Wir wollen nicht, dass die Europäische Union ein zentralistischer Staat wird, sondern wir wollen, dass die Europäische Union weiterentwickelt wird in einen dezentralen, föderalen, subsidiär aufgebauten Bundesstaat, dass genau überlegt wird, was kann die Europäische Union besser. Mit Sicherheit die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Da könnte auch viel Geld gespart werden. Mit Sicherheit auch der Binnenmarkt, von dem wir massiv profitieren. Es wird häufig vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland, die ja im vergangenen Jahr über 1.000 Euro Warengüter und Dienstleistungen exportiert hat, davon immer noch 60 Prozent in den europäischen Binnenmarkt, praktisch darauf angewiesen ist. Das Standbein unserer Wirtschaft ist der europäische Binnenmarkt, der auch die Stückzahlen, der auch die Größe dann dafür liefert, dass wir auf Weltmärkten erfolgreich sind. Und die Verflechtung auch in den Wertschöpfungsketten ist ja mittlerweile so weit ausgeprägt, dass bei jedem deutschen Auto, das exportiert wird, etwa 40 Prozent der Vorleistungen aus dem europäischen Ausland kommt. Und unsere Unternehmen, die multinational aufgestellt sind, natürlich auch die Lohnkostenvorteile in den günstigeren Ländern Mittel- und Osteuropas dann auch nützen. Der Binnenmarkt, mit Sicherheit eine ganz wichtige Sache. Gestern Abend haben wir die Wettbewerbskommissarin angehört, Margarete Westhager, eine liberale Kollegin, Wirtschafts- und Finanzministerin von Dänemark, die Wettbewerbspolitik. Der Schutz fairer Wettbewerbsbedingungen in Europa ist, glaube ich, ein Thema. Und wenn heute Morgen, Frau Dr. Schwetzer, mit einem Ohr habe ich es gehört, das Thema Internet, Big Data, Datenschutz auch hier, werden wir mit Sicherheit auch gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika nur gemeinsam als Europäer etwas erreichen können. Das war ein großes Thema gestern, weil wir Liberale sind für den liberalen Rechtsstaat. Wir sind für den liberalen Rechtsstaat, der so stark ist, dass Verbraucherschutzrechte und Wettbewerbsrechte, Wettbewerbsgleichheit für kleine und mittlere Unternehmen geschützt wird, auch gegenüber Großkonzernen. Und wenn dann zum Beispiel ein Unternehmen wie Google technologisch bedingt in einem Quasimonopol 80 Prozent der Marktanteile hat und dann es sich eben offensichtlich nicht nur um eine Suchmaschine handelt, sondern beispielsweise Unternehmen dort bevorzugt auf der ersten Seite erscheinen, die in Geschäftsbeziehungen mit Google stehen, dann ist das ein Thema, das auch wettbewerbspolitisch und wettbewerbsrechtlich begutachtet werden muss. Und da müssen Liberale eine Antwort darauf finden. Und ich glaube, auch hier ist Europa eher ein Teil der Lösung als das Problem. Ja, meine Damen und Herren, Gleichwohl sind wir nicht der Meinung, dass alles europäisiert oder vergemeinschaftet werden darf. Wir sind vor allen Dingen der Meinung, dass der Staat sich nicht in alle Lebensbereiche regulierend einmischen soll. Und da ist es ganz gleichgültig, ob das Verbot energieintensiver Staubsauger in Brüssel, in Berlin oder in Stuttgart beschlossen wird, weil bei der grün-roten Landesregierung könnte ich mir vorstellen, wenn es Brüssel nicht verboten hätte, dann hätte es wahrscheinlich Stuttgart verboten, sondern solche regulierenden Eingriffe in die Konsumenten- und Produzentenfreiheit, die müssen insgesamt bekämpft und abgewehrt werden. Abschließend, meine Damen und Herren, darf ich noch einen Ausblick wagen. Ich glaube, dass wir mit der Europäischen Union tatsächlich vor einem Scheideweg stehen, denn in der Tat spüren wir ja in der Bundesrepublik Deutschland durchaus bei vielen Bürgerinnen und Bürgern eine große Skepsis und diese Skepsis ist in anderen Mitgliedsländern bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht kleiner. Wir erleben gerade bei dieser Wahl ein Anwachsen populistischer, extremer, zum Teil extremistischer Positionen bei Wahlen und zwar links und rechts. Und nach meiner Einschätzung als Volkswirt sind es auch nicht die ökonomischen Risiken, die wirklich gefährlich sind, denn ökonomische Probleme kann man, wenn man vernünftig ist, lösen. Die wirklich großen Risiken, meine Damen und Herren, sind politische Risiken. Und ich sehe eine ganz, ganz große Gefahr in einem Wiedererstarken des Nationalismus und ich bin der festen Überzeugung, damit schließe ich den Kreis zu meiner Eingangsbemerkung und zu Christopher Clark und den Schlafwandlern, was ein zutiefst aktuelles Buch nämlich ist, wenn wir zurückfallen in nationale Denkmuster und wenn ethnische Zugehörigkeiten in der Politik wieder eine Rolle spielen würden, dann fallen wir zurück in dieselben Probleme, die Europa vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Denn wenn Sie sich die Landkarte in Europa mal anschauen, dann haben Sie große anderssprachige Minderheiten in fast allen Mitgliedstaaten. Rumänien hat eine große ungarische Minderheit, die Slowakei auch, die Türkei, die türkische Minderheit in Bulgarien ist relativ groß, in Estland, Lettland und Litauen haben wir große russischsprachige Minderheiten. Es ist völlig klar, eine Politik, die auf ethnische Bezüge basiert und die national argumentiert, wird erneut in Krieg und Krise münden. Und deshalb müssen wir nach meiner festen Überzeugung allen versuchen, in eine nationale Politik zurückzuverfallen, entschieden entgegentreten, aus eigenem Interesse auch in Deutschland, weil wir in der Mittellage Europas liegen. Und deshalb besorgt es mich auch, wenn der ungarische Premierminister Viktor Orban in einer mittlerweile in englischer Übersetzung vorliegenden Rede vor der ungarischen Minderheit in Rumänien erklärt, ausweislich zum Beispiel der Welt vom 28. 8. 2014, Ungarn müsse sich an Gesellschaften orientieren, Zitat, die nicht westlich, nicht liberal und keine liberalen Demokratien vielleicht nicht einmal Demokratien sind. Und er nennt Singapur, China und Russland Ausrufezeichen. Er führt weiter aus, liberale Demokratien seien unfähig, das zur Selbsterhaltung der Nation notwendige öffentliche Vermögen zu beschützen und, Zitat, die Interessen der Menschen, die anerkannt werden müssen, in eine enge Beziehung zum Leben der Gemeinschaft zur Nation zu stellen. Zitat Ende. Also das heißt, die ungarische Regierung hat jetzt erklärt, Ungarn zu einer illiberalen Demokratie zu machen, was auch immer das ist. Und meine Damen und Herren, damit sind wir in einer Diskussion, wo wir in Deutschland nicht glauben sollten, dass bei uns die Menschen gefeit wären oder immunisiert seien, gegen eine solche Diskussion, denn ich treffe immer mehr Menschen in Deutschland, die sagen, ihr Liberalen, ihr seid angetreten für eine grundsätzliche Reform der Bundesrepublik Deutschland, ihr seid angetreten, dass die sozialen Sicherungssysteme reformiert werden, dass das Steuerrecht vereinfacht wird, dass die Steuersätze gesenkt werden, dass der Staat zurückgedrängt wird, dass es wieder Raum gibt für die Wirtschaft und ihr habt dieses Wahlversprechen nicht durchgesetzt und Pause, dann sagen viele und wir glauben nicht, dass unsere Demokratie reformfähig ist, wir glauben nicht mehr an die Problemlösungsfähigkeit unserer Demokratie und ein Teil dieser Bürgerinnen und Bürger, die gehen nicht mehr zur Wahl und ein Teil dieser Bürger wird, wenn die Probleme größer und augenfälliger werden, radikalisiert. Meine Damen und Herren, darum geht es, dass wir hier Antworten finden, dass wir zunächst mal diese Fragen stellen, dass wir im Dialog kommen mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn wir leben ja in einer Welt des Umbruchs. Die Globalisierung ist Realität, Europa ist ein alternder Kontinent mit zurückgehender Bevölkerung und meine Damen und Herren, 500 Millionen Einwohner erscheint uns heute viel, aber in einer Welt mit 7 Milliarden Einwohnern sind wir nicht der bedeutende Faktor des 21. Jahrhunderts und auch die 80 Millionen Deutsche können alleine wenig ausrichten und deshalb möchte ich zum Abschluss unseren Bundespräsidenten zitieren, der sagte, nur wenn wir uns in Europa, ich zitiere sinngemäß, zusammenschließen, haben eine Chance haben, uns weltweit Gehör zu verschaffen. Ich kann dem nur voll zustimmen und ich glaube, dass es gerade in dieser Phase auf Liberale ankommt, denn wir sind die einzigen, die die Europäische Union vorantreiben wollen, ohne sie zu einem zentralistischen Superstaat auszubauen. Wir sind für eine Integration mit Maß und Mitte und wehren damit eben auch einen Rückfall in nationale Egoismen ab. Ich meine, es kommt gerade in dieser Diskussion auf die Liberalen an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, eine große Tour d'Horizon, die ich gar nicht jetzt mit Fragen, sozusagen Nachfragen durchlöchern will, aber wir kommen ja gleich in die Diskussion. Gleichwohl zwei Fragen, Herr Theurer, die wir sicher gleich hier in der Diskussion ansprechen. Sie haben eben gesagt, Sie kommen ja direkt und haben in einem Beispiel das genannt von der Anhörung der Kommissare. Kriegen wir denn die Kommissare, die Herr Juncker vorgeschlagen hat oder wie sieht das aus? Oder gibt es ein paar andere? Zum Beispiel ein Franzose, der vielleicht doch mehr für die Stabilität ist und die Einhaltung der Stabilität. Wie schaut das aus? Ja, also zunächst mal wird häufig bemängelt, die Kommission sei nicht demokratisch legitimiert. Tatsache ist, die Kommission muss vom direkt gewählten Europäischen Parlament gewählt werden, Klammer auf, bestätigt werden. Und das Europäische Parlament ist auch die einzige Institution in Europa, die die Kommission abberufen kann. Klammer auf, ist auch schon mal vorgekommen, beziehungsweise Präsident Santer ist damals uns zuvor gekommen, sonst hätten wir ihn abberufen. Und deshalb ist die Regierungsbildung, die Sie jetzt erleben können, eben eine Regierungsbildung, die stark parlamentarisch geprägt ist. Denn der Herr Juncker wurde vorgeschlagen, weil das Parlament deutlich gemacht hat, dass ein anderer Kommissionspräsident keine Mehrheit hat. Klammer auf, das ist uns Liberalen nicht leicht gefallen. Denn Jean-Claude Juncker ist eher christsozial. Und das spürt man jetzt auch bei der Dossierzuteilung. Was wir gerade machen, wir gehen nach dem Prinzip des amerikanischen Kongresses vor und holen jeden Kommissarskandidaten, jede Kandidatin in den Ausschuss oder in die dafür zuständigen Ausschüsse und unterziehen sie einem ganz intensiven Befragungsmodus. Eine Minute Frage, zwei Minuten Antwort, eine Minute Frage, zwei Minuten Antwort. Der Kommissarskandidat sitzt vorne, er hat kein Handy dabei, er kann sich Notizen machen, die Uhr läuft. Es ist kein Mitarbeiter dabei, er muss es, er oder sie alleine durchstehen und es geht drei Stunden. Das ist natürlich ein bisschen hart, wenn man dann nach seinem Führerschein in Zug gefahren wird. Ja, der Günter Oettinger hat das klug pariert. Aber zum Beispiel, Mr. Hill, ich habe Ihnen einige Presseberichte aus internationaler Presse auch vorgelegt, der hat nach eineinhalb Stunden immer noch nichts gesagt gehabt. Und deshalb habe ich dann in meinen einleitenden Bemerkungen, bevor ich ihm die Frage gestellt habe, die ich ihm vorher nicht erzählt hatte, gesagt, also er hätte jetzt rhetorisch brillant, aber ohne Substanz argumentiert. Und da kam er dann schon mal ein bisschen in Schleudern. Und dann kamen die Kollegen raus und Werner Langen von der CDU fragte ihn, ob er denn eine Meinung zu Eurobonds hätte. Und dann sagte der für das Finanzmarkt-Tresor designierte Kommissar, dazu hätte er keine Meinung. Und da haben wir dann auch gesagt, und zwar mit den Stimmen sogar der Tories, denen gehört er an, also Conservative Party in United Kingdom, dass wir nochmal hören wollen. Also ich finde es auch richtig, weil der regulatorische Einfluss eines Kommissars ist so weitreichend. Und man kennt die aus den nationalen Mitgliedstaaten kommenden Politikerinnen und Politiker ja nicht, dass ich glaube, es im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger ist, dass wir uns schon genauer angucken, wer soll da in die Europäische Kommission berufen werden. Also ich meine, das ist auch ein Teil einer lebendigen Demokratie, dass wir hier die Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen. Wie es ausgeht, wissen wir nicht. Wir als liberale Fraktion mit der Stimme der aus Frankreich kommenden Kollegin Sylvie Goulart sind der Meinung, dass Pierre Moscovici der Falsche ist als Währungskommissar. Ich habe ihm Le Figaro entgegengehalten. La Debt explose am Mittwoch, das Defizit in Frankreich explodiert. Er war Finanzminister in Frankreich. Er hat die Strukturreform nicht umgesetzt. Und dass ausgerechnet dieser Mann jetzt Währungskommissar werden soll und für die Einhaltung der länderspezifischen Empfehlungen zuständig sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist so, wie wenn Sie einen Dauerraser mit der Einhaltung von Tempokontrollen beauftragen. Das kann nur falsch sein. Vielleicht wird der Bock ja doch noch zum guten Gärtner. Das zur Aktualität. Nur ganz kurz eine Frage mit der Bitte um kurze Beantwortung, weil wir das sicher gleich auch nicht thematisieren werden. Sie haben ja gesagt, es müssen jetzt Institutionen geschaffen werden, die sozusagen ein paar Korsettstangen für die EU auch sind. Gehören da auch die neuen Vizepräsidenten eigentlich dazu? Naja, das ist ein Vorschlag von Jean-Claude Juncker. Klar ist, das Kollegium, die Kommission entscheidet ja mehrheitlich und jeder Kommissar kann Vorschläge machen. Das war schon mit 28, mit 27 schwierig. Deshalb hat man von Seiten des Parlaments Barroso schon gedrängt, das anders zu organisieren. Jetzt kommt Juncker mit dem Vorschlag der Vizepräsidenten. Aber das war zum Beispiel meine Frage an Moskowici auch. Ich habe ihn gefragt, ob er mir zustimmen würde, wenn ich sage, Jean-Claude Juncker ist der Chef von Vizepräsident Dombrovskis und Vizepräsident Dombrovskis ist der Chef von Moskowici. Und auf die Frage ist er natürlich nicht eingegangen, weil er hat in der französischen Presse eher den Eindruck erweckt, er wäre als Kommissar dann der Chef von den beiden Vizepräsidenten. Wir wissen es noch nicht genau, aber genau hier legt das Parlament den Finger in die Wunde, denn wir müssen natürlich wissen, für was sind jetzt Vizepräsidenten zuständig und für was sind Kommissare zuständig. Ich glaube, wir müssen auf europäischer Ebene zu einem System kommen, wo es weniger Ressorts gibt mit klaren Verantwortlichkeiten. Und dann wird es sowas geben, wie wahrscheinlich im Bundestag auch Staatssekretäre. Wenn wir sagen, 28 Kommissare sind zu viel, dann sage ich, das stimmt, aber über 30 parlamentarische Staatssekretäre in der Bundesregierung sind wahrscheinlich auch zu viel. Ja, danke. Ja, danke. Herr Thore, herzlichen Dank für den etwas provozierten aktuellen Einblick in Brüsseler Politik. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.